Guten Tag, Jara! Am Ball! Na! Alles klar. Wollt ihr vielleicht Schickscha-Schuh machen? Oder wollen wir das mit der Pfeife so machen? Mit der Pfeife. Alles klar. Ihr seid angereist? Welche Seite? Die. Okay, Anschluss oder Seite? Wir bleiben stehen. Okay, dann habt ihr Anschluss. Das ist heute mein erstes Frauenspiel. Das ist ein ganz normales Spiel, wie auch sonst. Aber versucht durchzubleiben. Ihr seid hier die Vorbilder auf dem Platz. Versucht auch mal die Frauen zu sagen, fahr mal einen Gang runter oder sowas. Weil ich bin auch nur Mensch, ich sehe nicht alles. Und ich denke auch, wenn ihr die Frauen seid, habe ich heute das Sagen auf dem Platz. Aber ich denke mal, das wisst ihr, ne? Sehr gut. Kriegen wir hin. Alles klar. Gutes Spiel, ne? Torwart! Am Ball! Am Ball! Am Ball! Am Ball! Am Ball! Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Am Ball, okay, rot wirft. Weiter geht's. Kontakt an der Hacke. Jetzt freigegeben der Ball. Ja, richtig! Vorteil, Vorteil! Alles gut, Nummer 10? Alles gut, wir rekommendieren! Oh! Trainer! Ja! Das sieht ganz gut aus, wir kommen ins Verspiel weiter. Machst du noch eins in der Hacke? Bringen wir ihm Wasser. Sehr gut. Alles gut? Alles klar. Ja! Weiter geht's! Am Ball, am Ball, am Ball. Okay, grün wirft. Jetzt kommen sie. Raus, Serena, damit raus! So, weiter! Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, komm! 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 Schade! Komm! Weiter, Mädels! Nächster! Schön, Marina! Oh, ich bin frei! Ich bin frei! Komm! Komm! Achtung! Steine! Deine Z pensieren! Komm! Dieatribeaarche! Stop! Nete! Bei derasse spart. Bindr fian03! Warte einmal ganz kurz. Alles gut? Brauchst du kurz ein paar Sekunden? Ball reinbekommen? Weiter, 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 weiter. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, aufpassen. Aufpassen, weiter. Oh. Am Ball, am Ball, am Ball. Okay, geht's? Ja, ich hab mein Stammbein mitgebrochen. Ach so. Jaaa! Jaaaah! Jaaa! Vanessa, wo hast du gedacht? Jaaa! Nicht schlimm, Marina. Komm, Marina. Geil gespielt, das ist ein stark gemachter Mädels, das hört super aus. Ball runter, Ball runter, Ball runter. Ball runter, Ball runter. Ball runter, Ball runter, Ball runter, Ball runter. Ball runter, Ball runter, Ball runter, Ball runter. Ball runter, Ball runter, Ball runter, Ball runter, Ball runter. Okay, nein, Eckball! Eckball, du klärst mit deinen Fuß unten! Ja, genau zehn Minuten. Einmal Entschuldigung, einmal Entschuldigung und dann geht's weiter. Einmal Entschuldigung. Am Ball? Nein, sie ist am Ball. Sie geht's nur am Ball. Nein, ist richtig so. Nein, ist richtig so. So. Sorry, 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 sorry. War nicht mit Absicht. So. 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 Lass, 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 lass! Nicht schubsen. Nein. Ist die neue Handspielregel und der Ball kommt vom Fuß gegen die Hand. Dann sollten Sie mal die Regeln lesen. Der Ball kommt vom Fuß gegen die Hand. Der Ball kommt vom Fuß gegen die Hand. Der Ball kommt vom Fuß gegen die Hand. Sehr stark! Ganz schön! Oh, Ritter! Oh, komm! Gerrit, Gerrit! Noch mal! Hinten, Jogi. Ja! Ganz schön! Ja! Ganz schön! Ja! Ganz schön! Ganz schön! Kann spielen! Kann spielen! Weiter, 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 weiter! Alles gut! Rotat! Alles gut! Du hast den Ball! Was mach ich damit? Ich lass einfach fahren, dann geht's weiter! Ja, einfach weiterspielen! Nein! Okay! Ja! Ja! Was hast du nochmal für eine Nummer gehabt? Was hast du für eine Nummer? Ah, okay! Alles klar! Kann spielen! Alles gut! Weiter, 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 weiter! Mach nicht mit Absicht! Okay, grün wirft! Ja! Nein, sie stellt ihr Körper rein! Gegenhalten da! Nein! Hier oben an der Schulter! Links, 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 links! Nein! Nummer 3 steht da! Yrgen, die spielt da ganz stark! Warte! Mach dein Punkt! Geh, geh, geh! Okay. Okay. War sie noch dran? War sie noch dran? Dann machen wir Absturz. Ich hab's auch nicht richtig gesehen. V-Spiel, V-Spiel, V-Spiel. Warte mal ganz kurz. Alles rüber? Gibt mir jetzt 20 Sekunden. Alles locker. Schade, Eike. Wäre ein schönes Ding gewesen. Ja. Letzte Spielminute läuft. Ja. 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 Vielen Dank.